hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren aufnahme let's play pixel jump and run in minecraft gut das hattest du nämlich vergessen achso und heute geht es hier mit dem spiel dran ja und ich habe uns Kuhlmann zu tun da ich mal wieder in seinem laptop spielt nach langer Zeit ja auch warum ja das sein computer entlang fehler ich muss ihn und ich bin sie haben hier die haben vorhin gerade mal eine Aufnahme gemacht und wir haben alles gut geschafft da war die Aufnahme hat es eben zwar einfach abgebrochen und du hast du hast alles gut geschafft ich war schon lange durch aber mehr Kieler um hat es die Aufnahme ganz mit Strennen abgebrochen und ich das mit Strennen ja mittendrin das mit Strennen was ein Problem damit und wie soll er das bei mir jetzt gestern war Silvester auch ja das war auch noch und übrigens ein schönes neues Jahr stimmt so verspätet noch das neue da scheiße und dann kann 300 Abonnenten das ist wie das sicher noch nicht die Ränder hat nein noch nie wussten doch ja muss ich noch nein naja hier durch die zu scheiße jetzt bin ich nicht abgefrungen eigentlich sollten wir nicht die ganze Zeit drücken weil sonst kann man nicht schiefen ja und borten ist mehr schien da muss man schön wenn du die ganze Zeit zuerst drauf haust dann ist losrenzt aber ob es das bringt mit 50 nicht es bringt mich gerade wirklich was gut da dritten als kommt ein Sieg schickt sich doch nein Gogo Sprung brauchen treuig schwer ja klar war mittel jetzt überholt mich die Schwucht mehr genau welche Schwuchtel du nein und nicht das ist danke für dein Kompliment in Zukunft ist ein Ziel klug zu Lutsch doch gerne nein Jakob ich denke das machst du eher und ich bin schon wieder bei der ersten Challenge und ich rediere dies suche dies selbst die schwierige Tatsache das finde ich so behindert weil es ist schwierig also ich kann es mir gar nicht aussuchen also wieso steht das hier wenn du es einfach findest nein finde ich aber nicht ja okay auch wenn du würdest das ist sehr schwer also wenn das schwierig war dann ist das hier sehr schwer und ja ich cheate hier ein bisschen und ja ich weiß es und ja ihr ich kann mich davon nicht abhalten was cheatest du denn ich mache hier eine Abkürzung ohne scheiß aber springen muss ich auch noch können und nope ich bin zu dumm dafür ich spielst hier vorher habe ich den Sprung die ganze Zeit geschafft und jetzt schaffe ich es einfach nicht mehr und ich bin geradezu dumm für den ersten Sprung hier ich hasse die ich hasse die Challenge ohne Scheiß und endlich ja auch ohne Scheiß ich hasse den vierten Raum dieses Mal ist Jakob besser dran vorhin war er noch Prozent beim ersten Raum er hat sich da das stimmt nein traurig aber warne wo ich habe heute erfahren was alles für games rauskommt 2014 n interessanten nein nicht gerade wirklich nein es war ein Kassel Kostetik nach Mann doch ich finde es noch spannend und schon ja ich hab's geschafft der Aude Bild Schatz und ja hier habe ich schon was gelernt wie es geht schon sei es halt vorhin schon mal geschafft habe um und jetzt muss ich eigentlich aber mal schauen ob ich bin ich aus dem Kost ich meine Leute Schuss Kuchen und jetzt läuft wirklich besser Latsch und Jakob mit Prozent Vau sind nachher auch so viel ein um schneller bewegen das Bild im Ziel das ist es bewegt sich als jetzt aus dem Trend ja habe ich und er hat sich sicher ja aber hast du es kommt jetzt darauf an was natürlich die Mannschaft das war schon hier in Mannschaft steht ob du dann Schönerin zu anbieten das ist drei jahre annehmen dann kommt in die Zeit glaube ich noch ja genau da hab ich die Kuchen scheiße nein du darfst noch nicht weitermachen ja ich weiß ich schaue dir mal ein bisschen von außen zu einfach ich habe einfach in den Kuhmann auch scheiß was ich komme ich habe hier der hallo hauptsächlich Haltes Maul scheiße manche ich schwörst du ah du kleine Noob und wieso hat sich bei mir die Musik aufgehängt eigentlich jetzt schon die ganze Zeit so mal ein bisschen Musik an wäre doch behindert wenn man keine hat ahaha ja muss ich weiß genau du dies immer dies immer vergisst ja sie immer hier ist immer vergisst danke dass du mich als Weibchen bezeichnest bitte jetzt wissen jetzt wissen alle das eigentlich mehr Feminim als maskulin bist Scheiße jetzt bin ich gegen jetzt bin ich einfach gegen Glasbruch Blöckblöck Blöckblöck nur ein Trottel springen gegen Glas Glas ist durchsichtig Roma wäre so einer was kann man nicht so machen schwer sich hasse Kuhu Sprüge über alles es zum Buch nein und im Jahr knapp da sucht ihr dies 10,5 Sekunden okay ok was die letzte war voll nicht schwer was lachen stand das Glück Schnauze doch also die letzte die Schwierigkeit selber aussuchen das war für mich einfach was machst du gut jetzt zwölfte Challenge hä wir sind hier hinten komm hä komm jetzt warum jetzt zwölf dorthin aha nö achso weil das ist so lange ok Challenge 12 Mittel das verrückte Haus was machst du was hast du gemacht Pimmel R3 äh Pimmel R3 ne was gebaut von Pimmel R3 ähm nichts gegen dich Herr Bauer Herr Bauer Herr Bauer der Herr Bauer ist ein Bauer und er hat das Ding erbaut ne keine Ahnung so willst du nicht schauen gehen komm geh 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 los willst du nicht schauen was ich da geschrieben habe gebaut von Luca dem okay ne 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 das das geht nicht in Ordnung doch ne das zu das zu ähm das zu assi ne ist das eigentlich ein Labyrinth hier gebaut von Luca R3 dem kann man hier runterfallen weißt du das so gut bist du schon oben nein Montage weiter nein boah ich dachte schon hier kann man wieder runterfallen kann man hier irgendwo runterfallen ich dachte aber man kann wieder raus ja klar bye bye bitch hast du sowieso schon vor angeschaut nein das hier noch nicht ach ne ach geil wir schon wieder ein bitte immer nur ein Signal setten f*** dich warum denn geh weg drücke geh weg au auch ein bisschen zu weit gesprungen warten boah so ist mir scheißegal ja das war auch so nein wie wie boah okay den ersten musst du mit Sprengen machen auch auch komm jetzt geh weg einer nach dem Alter Alter ohne Scheiß lol wie du jetzt gerade bei mir gepackt hast ohne Scheiß aus gewohnheit springt denke ich immer was oh ne hast du solche Sprünge ja hi hallo hab ich gedrückt ne hab ich nicht geh mal drücken schnell geh schnell drücken bitte ja doch du du drücken komm geh drücken hey du bist so verstößt gegen die Regeln ne egal nein huhu ja klar wie sagt man Sven wie sagt man du bist dumm ja ja klar ich war drinnen schnauze hier kleiner kleiner du du bist ein kleiner cheater warum cheater weil du ein cheater bist warum cheater weil du ein cheater bist was hat das mit cheater zu tun du bist auch noch reingekommen wegen mir nein doch nein nein hier kannst du deinen Freunden beim Failen zusehen ok nein du bist gar nicht äh haha du Noob du bist gar nicht wegen mir angekommen nein na und ich habe hier kein Button Smashing gemacht du bist ein kleiner du 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 nicht keine Ahnung es tut es bloß nicht so schön ich habe sogar geschafft der Astrochall und du könntest ja was du könntest es kann noch nötig er soll ich noch das heißt wenn man nicht ich habe es einfach nicht auf dem Markt und jetzt wird es halt ein bisschen länger schnell und jetzt muss man das sind die Schöpfung habe ich mache ich gerade und jetzt ist glaube ich Minecraft abgeschmiert nein es ist nicht ein kleines Wunder es ist einfach warten Alter das sieht so scheiße aus nein das Eis sieht so scheiße aus Alter man sieht das fast gar nicht hier im Klatschapack zum zu wissen ich schaffe es einfach nicht ja umso schmieriger wird die Map ne ich schaffe es einfach nicht um den Block oh ja oh what the fuck okay komm schon ich weiß ich schaffe es oh Alter der war gerade so knapp ne warte hier durch willst du mich verarschen kannst du mich verarschen nein hey ohne Bullshit fick dich Luca 3 Checkpoints hihihi schon so man schaut doch unsere Kreditwissen die habe ich gemeint eines hat er mal kommentiert ja neben was das Volkertreiber das was wir können jetzt die Siegfrieden ich habe jetzt gerade mein Block gut ich habe mir alle Gäste ich habe hier ein Video geschaut und so YouTuber und der von dort weiß ich Prozent was aus für Gamescom wir können bis zu den Scotschen also ich kenne zwar gar nicht alle aber es hat auch solche beiden die wir natürlich jetzt gehen wollen wollen wir das lol was musst du hier um die Ecke springen ernsthaft bist du immer noch dort das wusste ich gar nicht Alter du bist immer